Verwandlungen Figuren, Gestaltung und Stop-Motion-Clips Frei nach der Erzählung Metamorphos von Peter Hacks Ein zweitägiges Projekt mit Kindern und Jugendlichen des Werner Vogel Schulzentrums Idee und Leitung Michaela Georgius und Daniela Wiedner in Kooperation mit dem Filmschule Leipzig e.V. Juli 2019 Verwandlung Johanna und die Verwandlung Ich habe euch im Lufus verliegt Lufvig, hallo Lufvig Komm doch her Die Verwandlung Die Verwandlung Die Verwandlung